Thomas in Klinsch mit whatever. Keine Ahnung, aber die Flucht eben, die erste war heftig. Echt heftig, aber jetzt ist er fast da. Aber ich denke mal, was irgendwas ist, es geht gleich wieder ab. Dann kann es ein großer Pollack sein. Das sind die größeren. Ja, ist ein großer. Müsste sich gleich so auf die Seite legen. Ist das gleich? Ja, ja, der braucht einen Moment. Die muss er erst überzeugen. Ja, ja. Ich hab da schon eine ernste Verhandlung. Nee, lass den da, wo er ist. Der Miner ist auch in das Boot geschwommen. Das war nicht so doll. Ja. Da kommt er. Schauen wir mal ins Wasser. Nehmen den Boot hier. So. Kommt er. Schöner Pollack. Ja. Moin. Ja. Loin. Ein kleiner Smellchat. Habt ihr Polak oder was? Musst du noch abspülen, das ist richtig blutig. Thomas hat gerade einen dicken gefangen, so 85 cm insgesamt haben wir so 12-15 Stück. Das ist richtig blutig.